Yo Leute, was geht ab? Ich bin Samy, wieder auf meinem Kanal. Und heute machen wir eine neue Herausforderung. Und zwar findet ihr einen Dieb. Auf jeden Fall, wir kriegen 52,5.000 XP. Und am besten, ihr macht es Gruppenkalle. Und auf der Karte ist es ganz genau dieser Ort hier. Bevor das Video beginnt, ich habe eine Bitte an euch. Das würde mich sehr unterstützen. Und zwar unten rechts in den Item Shop habe ich einen Creator-Code. Ich wünsche mir, dass ihr ihn eintragt. Time-PC-Gamer, klein oder groß, egal. Wir machen annehmen. Und wenn ihr etwas kauft, beziehungsweise mein Creator-Code und das Maus hier unten. Time-PC-Gamer. Ich würde mich echt sehr freuen. Und ihr unterstützt mich dabei. Und ich wollte euch noch etwas zeigen. Und zwar diesen Dino hier. Uns Dinos. Also das ist der Trailer. Und es wird bei Dinos gehen. Ja, ihr habt richtig gehört. Aber ich weiß nicht wann genau. Und ich hoffe, dass die auch kommen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir in einer Runde sind. Bis gleich. Leute, jetzt sind wir schon in einer Runde und der Dieb ist Ratz. Auf jeden Fall dieser eine Magier, kann man sagen. Der Stufe, glaube ich, 58 oder 53 ist. Weiß ich nicht ganz genau. Wir müssen einmal da hingehen und mit ihm quatschen. Dann müssen wir zu Spile und dann fortfahren, fortfahren, fortfahren. Und dann geht das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, er könnte hier sein oder nach vorne. Aber ich denke mal, der ist da hier. Ich mache mit Spile, fortfahren, fortfahren, fortfahren. Okay, Leute, wie ihr gerade seht, wir haben die Herausforderung abgeschlossen. Und ich hoffe, dass ihr da habt euch gehockt und gefallen. Lasst gerne ein Like, schaue mich hier im Kanal. Lasst uns locker, dass keine Videos mehr verpasst. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.